Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück! Es ist der 9. Dezember 2023 und wir wollen weiter schauen, was im Böker Plus Adventskalender ist. Gesponsert wurde mir das Ganze von der Firma Messermax. Vielen Dank nochmal dafür! Schaut unbedingt mal bei denen im Onlineshop vorbei. Riesenauswahl, immer wieder tolle Sachen und auf jeden Fall lohnt es sich dort zu stöbern. Wir haben bisher schon einige Überraschungen gehabt und das Messer sieht aktuell so aus. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wird es heute weitere Teile zu dem Messer geben? Das wollen wir jetzt schauen und dafür holen wir mal das 9. Päckchen hier raus. Ich habe seit gestern den mal wieder so ein bisschen zusammengebaut, damit die Päckchen hier nicht alle so durcheinander fallen. Ich vermute hier wird das passende Teil zu gestern ergänzt und da wollen wir doch mal schauen. Wird meine Vermutung stimmen? Ja, so ist es. Das lässt sich nun noch nicht anbauen, aber man wird auf jeden Fall die Möglichkeit haben, das Messer zu individualisieren. Ich vermute, da gibt es verschiedene Varianten, bei denen man sich dann entscheiden kann. Wollen wir schauen? Ich schraube nichts an, bevor mir der Adventskalender nicht sagt, dass ich es tun soll. Und deshalb legen wir das jetzt einfach erstmal auf Halde und schauen mal, was morgen so im Adventskalender ist. Morgen schon der zweite Advent. Die zweite Kerze wird entzündet. Ich hoffe, ihr könnt die Adventszeit bisher gut genießen. Es geht euch gut und ihr habt eine besinnliche Zeit mit euren Lieben. Wenn ihr Lust habt, schaltet gerne morgen wieder ein und bis dahin genießt das Wochenende. Hori do!